Und plötzlich war er weg, hier im Garten sucht die Feuerwehr einen Mann, der buchstäblich verschluckt wurde, wenn sich plötzlich die Erde auftut. Mehr bei uns heute. Außerdem gab es das Urteil gegen einen der Rettungskräfte an der Arbeit gehindert hat, die gerade dabei waren, ein Kind zu reanimieren. Was hatte ihn gestört? Die hatten sein Auto zugeparkt. Deshalb der Ärger. Und prominent haben wir heute David Garrett, der erzählt uns von neuen Plänen und betrug in seinem Namen. Auch das alles gleich nach der Tagesschau. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen heute zu einer neuen Brisant-Sendung. Und wir gehen auch gleich rein in diesen Tag und starten mit ungewöhnlichen Bildern heute. Plötzlich war er weg, könnte über dieser Geschichte stehen. Sie kennen vielleicht den Satz, ich habe mich in Grund und Boden geärgert. Das ist in Nordrhein-Westfalen jetzt einem Mann passiert und er hatte sich nicht mal geärgert. Im Gegenteil, er hatte Blumen gegossen und dann guckte plötzlich die Feuerwehr. Wo steckt denn dieser Mann? Denn plötzlich war er einfach vom Erdboden verschluckt. Es gibt massive Kritik an der Polizei in Chemnitz heute nach den schweren Ausschreitungen dort, die sich gestern Abend dann nochmal wiederholt haben. Die Bundespolitik hat das heute nochmal alles aufs Schärfste verurteilt. Auch die Bundeskanzlerin hat sich eingeschaltet und zu Wort gemeldet. Auslöser für die Unruhen dort sind die Ereignisse vom Wochenende. Am Rande eines Stadtfestes ist ein Mann ums Leben gekommen und die mutmaßlichen Täter sind, so heißt es, Ausländer. Das hatte dann diese gewalttätigen Übergriffe auf den Straßen zufolge. Und offenbar gibt es schon eine neue Demonstration, zumindest ist sie geplant fürs Wochenende. Aber es gibt auch viele, und das muss man auch mal sagen, ganz andere Stimmen dazu heute aus Chemnitz. Ja, Gegenstimmen zu den Ereignissen in Chemnitz heute. Wohl fast jeder Autofahrer hat seinem Ärger schon mal irgendwie unkontrolliert Luft gemacht, hat sich so richtig aufgeregt. Aber dieser Fall, um den es jetzt geht, der war sehr speziell. Weil sich ein Autofahrer über Rettungskräfte geärgert hat, weil die seinen Wagen zugeparkt haben, soll er in einem Anfall von Egoismus die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindert haben. Und die waren gerade dabei, ein Kleinkind zu reanimieren. Der Autofahrer war aber so aufgebracht, dass er am Rettungswagen dann auch noch den Spiegel abgetreten haben soll. Der Fall hat damals sehr hohe Wellen geschlagen, jetzt gab es einen Prozess und heute das Urteil. Das ist also der Appell eines Feuerwehrmannes, der das täglich erlebt und berichtet hat aus seinem Alltag. So, wir wollen nicht vergessen, heute nochmal ganz schnell Danke zu sagen. Und zwar bei einem, der es für uns immer rausreißt im Leben. Und wenn er es nicht tut, dann ist es verdammt ärgerlich und es kann tatsächlich auch zu schwersten Verletzungen führen. Haben wir ein sehr lustiges Beispiel aus dem Film. Ja, Autsch, ich weiß es, Schmerz beim Hingucken. Der Reißverschluss wird tatsächlich schon 125 Jahre alt. Zum Glück gibt es den, schön, wenn es glatt läuft. Sonst wäre der Knopf wahrscheinlich im Dauerstress in unserem Leben. Glückwunsch und schön, wenn er den hält. Hier kommt er, der Reißverschluss. Na hoffentlich, man guckt sofort, hab ich einen, nee, heute nicht. So, wir gucken jetzt zurück auf einen sehr schweren Tag, der jetzt 30 Jahre her ist. Das Rammsteinunglück und diese unvergesslichen Bilder, die dann sofort wieder da sind. Die Katastrophe bei einer Flugschau, bei der die Opfer damals durch die Hölle gegangen sind und auch die Angehörigen. Das ist nochmal der Absturz, da sehen wir die Bilder von damals. 70 Menschen sterben, 1000 werden verletzt, 350 davon schwer. Marc-David Jung ist damals unter ihnen, unter den Verletzten. Und er ist damals noch ein Kind gewesen und erzählt uns jetzt seine Geschichte und wie es weitergegangen ist für ihn. Ja, gute Worte von ihm. Wir gucken auf weitere Nachrichten jetzt vom Tag. Die beginnen heute mit Ermittlungen nach einem schweren Verdacht gegen einen Kindererzieher. Wir gucken jetzt mal auf einen zauberhaften Brief. Liebe Tagesschau, kannst du helfen? So in der Art hat sich David Momburg an die Kollegen der Nachrichten gewandt in einem kleinen Brief. Den hat er geschrieben. Und die Tagesschau, gut, die haben ja nun tagtäglich mit weltbewegenden Dingen zu tun. Und für David ist auch eine Welt zusammengebrochen. Er ist nämlich 11 Jahre alt und er hat sein heiß geliebtes Kuscheltier in der Bahn verloren. Eltern wissen, das ist ein Drama. Und natürlich weiß David auch noch ganz genau, wie das war an diesem Tag, als es passiert ist. Also, Sie haben es gehört, haben Sie ein Herz für David und den Tiger. Wenn Sie ihn gesehen haben oder was gehört haben, melden Sie sich doch gern. Wir gucken auf die Prominenz jetzt heute und da haben wir Jan Ullrich. Der hat neuen Ärger, wir verraten warum. Dann, meine Damen, schicken Sie gern Ihre Männer vor die Tür. David Garrett ist zurück und spricht heute bei uns. Und dann decken wir noch Geheimnisse auf zu der Erfolgsserie Die Eifelpraxis. Jetzt geht's los. Und mit den beiden starten wir. Die US-Sängerin Demi Lovato und Ex-Ratprofi Jan Ullrich. Was verbindet die gerade? Eine ziemlich doofe Geschichte. Und zwar sind beide zu Hause ausgeraubt worden, während sie in der Entzugsklinik sind. Darüber hat es in beiden Fällen Berichte gegeben. Und die Diebe haben sich dann wahrscheinlich gedacht, aha, Haus ist frei, komme ich jetzt mal vorbei. Also, ganz schön fies. Und von ihm haben wir lange nichts gehört und jetzt ist er wieder da. David Garrett spricht heute bei uns. Es geht, na klar, um seine neue Musik, aber auch um Betrug mit seinem Namen, über den er sich sehr geärgert hat. Und über Schlagzeilen, von denen er bitteschön gar nichts mehr lesen möchte. Und natürlich wollen wir wissen, wie geht's ihm denn jetzt eigentlich nach der langen Zeit? Na, dann sehen wir ihn ja bestimmt bald hier mal wieder. Die Royals, die erfreuen sich ja so großer Beliebtheit, dass immer wieder Dinge, die an sie erinnern, gleich im Museum landen. Sie können sich zum Beispiel, klar, die alten Hüte der Queen angucken. Dann auch was Besonderes, zwei alte Brezeln, die hatten Kate und William mal in der Hand. Gibt's tatsächlich in Heidelberg, wenn Sie es mal sehen wollen. Und wenn das noch nicht verrückt genug ist, die Norweger, die hatten auch eine sehr hübsche Idee. Die haben jetzt ein ganzes Haus ins Museum gestellt, weil mal die Königin drin gewohnt hat. Wie schön. Na, unbedingt, das machen wir dann morgen. Aber nicht nur Royals, auch Superhelden werden irgendwann mal älter. Aber warum soll man nicht im gehobenen Alter noch die Welt retten können? Wir brauchen doch Helden. Dann eben in Stützstrümpfen. Genau, wenn man zu Hause nochmal durchfegen will, dann ist das die Frisur dazu. Wir waren, sehr schöne Geschichte, fröhlich, sportlich unterwegs. Und zwar im Tretbrunschwan mit Rebecca Emanuel und Simon Schwarz. Zwei tolle Schauspieler von der Serie Eifelpraxis. Und was wir da aufgedeckt haben, diese Praxis, die liegt ja gar nicht in der Eifel. Fernsehen nun wieder, das Rätsel klären wir. Ja, aber vorher zeigt Rebecca Emanuel, was für sie Steine mit Entspannung zu tun haben. Gut, da sind wir schneller dran. Morgen nämlich, wir dürfen jetzt auch abchillen, wenn wir gerade gehört haben. Schönen Abend, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.